Griechenland sieht sich mit einer starken Hitzewelle konfrontiert. Meteorologen zufolge könnten die Höchsttemperaturen von 40 Grad Celsius über mehrere Tage anhalten. Wir werden uns abduschen und die Sonne meiden. Alle die, die eine Klimaanlage haben, werden zu Hause bleiben. Das geht schon vorbei. In einigen Teilen des Festlands steigen die Werte sogar bis zu 43 Grad, prognostiziert der Nationale Wetterdienst. Besonders Risikogruppen sollten sich vor diesen hohen Temperaturen schützen, denn sie könnten dem Körper im Zusammenspiel mit Feuchtigkeit und Atemnot extreme Schwierigkeiten bereiten. Empfohlen wird, abkühlen im Meer, viel Wasser trinken, unnötige Aktivitäten vermeiden und es ruhig angehen lassen, um die Hitzewelle so schmerzfrei wie möglich zu überstehen.